Hallo, Thorsten Sträter hier. Zehn Jahre Kinderpalliativstation in Datteln. Das heißt, seit zehn Jahren begleitet ihr intensiv Familien und ihren Kinder. Habt über 25.000 ehrenamtliche Einsätze erbracht, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Klar, ich kenne eure Leistungen auf dem Papier. Was es aber praktisch bedeutet, kann ich nur erahnen. Ihr wisst, was Geldspenden angeht, bin ich gerne dabei, klar. Und das sollte jeder sein. Muss sogar, finde ich. Aber was ihr praktisch für andere Menschen leistet, vor allem für Kinder, für Kinder, die sterben müssen, das könnte ich nicht. Nichts nötigt mir mehr Respekt ab. Diese Stärke steht mir einfach nicht zur Verfügung. Wird sie auch nie. Für diesen Dienst am Menschen muss man vor allem ein besonderer Mensch sein, glaube ich. Momentan, so sagt man ja, ist eine schwere Zeit. Aber ihr tretet seit zehn Jahren schweren Zeiten entgegen und leistet buchstäblich, so empfinde ich das zumindest, Übermenschliches. Man sagt ja auch, und dem stimme ich auch zu, die Frauen und Männer in Pflege und Medizin seien Helden. Ja, das sehe ich auch so. Aber ihr seid nicht nur Heldinnen und Helden. In meinen Augen, und ich bin gewissermaßen Experte auf dem Gebiet, seid ihr Superhelden. Wie gesagt, was ihr leistet, könnte ich nie leisten. Aber ich erkenne Superheldinnen und Superhelden, wenn ich sie sehe. Also bitte, macht so weiter. Lasst euch nicht unterkriegen. Und ich wünsche euch nur das Beste zu eurem zehnjährigen Jubiläum. Alles Liebe, euer Thorsten. Und ich wünsche euch auch noch ein paar Minuten. Vielen Dank.